Hallo, da ist der Guzua. Ich wollte mal kurz was von mir da lassen. Ich bin jetzt gerade am Verpacken von tausend Sachen. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, ich habe ein bisschen was Ebay gemacht. Das ist ja meine zweite Leidenschaft. Und jetzt habe ich sogar, ich gucke es euch mal an, das ist das Zeug, was ich im Laufe der letzten paar Jahre angesammelt habe. Habe ich jetzt auch bei Ebay reingestellt. Also denkt mal nicht, Urlaub und der Guzua macht nichts. Nein, bloß ich wollte euch einfach auch mal zeigen, dass ich halt noch am Leben bin und dass es nächste Woche halt wieder ganz normal weitergeht, logischerweise. Und dann wisst ihr Bescheid. Vielleicht schaffe ich es sogar, ich weiß es noch nicht, ich will noch nicht zu viel sagen, vielleicht schaffe ich es sogar mal nochmal zu streamen. Mal gucken. Vorher schon mal die Ansage. Ich habe es jetzt bei Bluestacks leider nicht mehr hingekriegt. Auf einmal ging es bei mir nicht mehr, dass ich die Channel switchen konnte. Also zwischen meinem ersten und zweiten Account, was mich natürlich ziemlich abgefuckt hat. Aber ich denke mal, ich werde dann einfach am Montag ausprobieren mit diesem Andy. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, Android Games zu zocken, dass ich das darüber mal probiere. Mal schauen. Aber wie gesagt, so wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Also ich bin nicht tot. Ich habe einfach nur Urlaub. Ihr haut rein. Ciao, ciao. Ciao.